Ich lasse mir hier schnell nach. Ansonsten kann man Kupfer immer noch verkaufen. Besser als nichts. Ist ja nicht viel wert, aber... Oh, da unten ist eine Fledermaus. Ich habe zweimal in Steam angeschrieben, gerade in der Zeit. Ja, super. Ach, jetzt Skype. Einmal in Steam. Ja, ich muss sowieso gleich nochmal... Eine kleine Pause machen, wegen diesen Dingens. Audacity, dass ich dann nicht wieder zwei Stunden lang zusammenflügen kann. Dass ich eine kleine Sicherheit habe. Aber... Ja, ich baue jetzt erstmal noch ein bisschen weiter runter. Und dann schaue ich da gleich. Ich glaube, ich habe schon wieder 40 Minuten aufgenommen, ey. Ja, sieht man. Die Zeit fliegt. Ja, das ist echt so. Das ist schlimm. Oh, Mann. Oh, Mann. Das eine kommt. Oh, schon wieder Kupfer. Ich wollte mich doch verarschen. Mal, mal, irgendwie war das, dass die sich genau an diesen einen Punkt kreffen. Aber wie... Aber wie... Zwei Dinger lege ich noch. Zwei wooden Plattforms. So, einer. Oh, ich du will. So einfach, aber doch so behindert. Oh, dann ist ganz viel Eisen. Sehr gut. Boah, aber richtig viel Eisen. Gut, dann mache ich mal hier ganz kurz einen Stopp und wir sehen uns gleich wieder. So, dann sind wir wieder. Und ich habe jetzt mal geguckt. Also ich habe jetzt F9 mal nicht als Aufnahmetaste gedrückt, sondern was anderes. Wenn ich jetzt auf F9 drücke, dann sehen wir, was da passiert. Nämlich schaltet der dann auf so verschiedene Lichtmodis. Ja, genau. Also ich habe nochmal in den Settings geguckt. Da gibt es dann irgendwie Retro, Weiß, Light, also Colorful und irgendwie was anderes. Ich glaube jetzt einfach mal bei diesen Einstellungen. Das ist Colorful. Ja. Das ist Colorful und Smooth Light. Lightning, wie auch immer. Und ja, irgendwie ist ja alles wieder unter Wasser. Deswegen machen wir es mal schnell weg. Und dann schauen wir uns mal die... Wobei... Jetzt kann ich auch direkt an den Weg. Das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Ja, das Problem ist, dass ich da nicht so hoch springen kann und nicht gucken kann, wie hoch ich das machen muss. Ach so, ja, stimmt. Und das ist halt dann sowieso wieder abläuft, wenn mal einmal so eine kleine Höhle ist. Deswegen kann man am besten das ganz am Ende machen, wenn wir dann sowieso erst mal sehen, okay, was haben wir denn da überhaupt? Wenn wir im Nichts enden quasi, ist auch scheiße, dann müssen wir erst mal was bauen. Deswegen ist das besser, aber es erstmal so lassen. Boah, ist hier viel Eisen, ey. Richtig geil. Wobei ich dann mal schauen muss, was ich mir denn dann überhaupt von dem ganzen Eisen hole. Muss ich mir irgendwie eine Rüstung noch mache oder so? Oder ob sich das gar nicht mehr lohnt? Ne, lohnt sich glaube ich nicht mehr. Scheiße. Aha, es funktioniert. Oh, ja, schauen wir mal gleich. Wenn ich irgendwie keine hohen Plattforms oder so mehr habe. Also nicht mehr lange. Ich muss hier noch ein bisschen Zeug abbauen. Oh, Silber. Eine Überraschung. Sogar noch ein bisschen mehr. Und unten sich so ein Skelett-Typen. Ich glaube, ich komme so langsam ein bisschen tiefer schon. Also, wo auch neue Gegner kommen und alles. Na, oh, jetzt hab ich mich verbaut. Ist alles kaputt, oder wie? Ja. Nein, Spaß. Nicht alles, aber... Wird ziemlich ärgerlich, wenn man da irgendwie das Wasser erstmal ablassen müsste oder so. Oder das Lava so. Warte, die Lava. Das wäre ziemlich ätzend. Ja. Wenn man deswegen dann alles umbauen müsste, aber... Ist ja scheinbar nicht der Fall. Ich sage so Bescheid, wenn ich irgendwie bei Lava bin oder so. So, hab ich da nicht gerade noch was gesehen? Ah, doch, das ist noch was. Oh, Gold. Ah, sehr gut. Das sehe ich doch gerne. Hey. Ah, ein bisschen Kupfer schon wieder. Aber hier ist scheinbar eine größere Höhle mit Fledermäusen. Hier ist auch schon direkt angeflogen gekommen. Ich muss mal ein paar kassieren. Ich fiff da mal so ein Glowing-Stick runter. Oh, ich fiff da mal so ein Glowing-Stick runter. Und zack. Na, komm doch her, scheiß Fledermaus. Noch eine, boah. Ja, komm her. Aber jetzt wird die gerade auch in Steam angeschrieben. Wie war's auf der Gamescom? Ja, das fragen momentan alle. Scheiße, weißt du. Geh nicht, geh nie wieder. Ähm. Ich hab mal eine Riesenhöhle gefunden. Also zumindest das, was die Hohlräume angeht. Echt? Ja. Ja. Krann. Eisen ist hier noch ganz viel. Okay, nehmen wir mit. Lass uns auch nicht durch die Fledermäuse stören. Ich hoffe, dass irgendwie so eine geile Kiste drin ist. Also wo irgendwas Schönes drin ist. Ich hätte gerne so einen Enterhaken oder so. Ja, einen Enterhaken musst du hier selbst bauen und nicht finden. Dann hätte ich gerne die Zutaten dafür. So. Fängst du von Skelett oder Piranha? Okay. Schon mal gut zu wissen. Der Nornen ist ein Skelett und da unten fängt auch die Steinebene an. Yeah. Das ist nicht Topaz, okay. Ähm. Ich geh mal erst auf die andere Seite, denn da war auch noch was. So, zack. Ach, komm schon. Ui. Ui. Oh. Alter. Scheiß Fledermaus, komm, hau ab. Es fällt eigentlich ein Hund im Hintergrund, ey. Verletzend. Ich hör's. Also, es bin nicht ich übrigens. Dass irgendjemand auf die Gedanken kommt, das mit mir zu verbinden. Luxi, ich bell' nicht so laut. Das wär's ja mal, ey. Äh, ich kann mir alles vorstellen. Ja, ich töte jetzt auch den, äh, den Schleim mit Sand. Ja. Genau. Ja. Schast man hier den Sand nicht einfach mit, äh, mit der Fackel abbauen kann, so wie bei Minecraft. So, weil ja, quasi alles da drauf fällt und dann ist, ist gut. Leu, ich glaub mein Wasser ist gefroren, Alter. So speedfrozen. Kann das gefrieren? Oder wie weiß das? Es bewegt sich einfach nicht mehr. Was ist das hier grad'n bisschen? Ah, jetzt. Alter, da hab ich irgendein... Da hab ich irgendein riesen See gerade ausgegraben. Ist hier nichts mehr. Ah, lass uns mal wieder in die blaue Gruppe gehen. Achso, ja. Stimmt, ich hatte grad mal kurz den Server neu gemacht. Alter, wie viel Wasser kommt denn da runter? Das kann man erzählen, ey. Warte, ich komm nicht. Nicht, dass du hier stirbst. Komm, wir mit runter. Alter, was ist denn da, ey? Ja, äh, man sieht grad nicht ganz so viel, aber... Boah, hier ist ein riesen See. Ein riesen... Ein riesen See ist hier. Ich glaub, ich pack jetzt auch mal erstmal so ein Glowing Stick hin, ey. Ich seh hier nichts. Ja, komm, du scheiß, du wohnst. Oh, Säbchen. Nein. Ich hoffe, es kommt nicht in meinen... in meinen Tunnel, aber ich denke nicht. Es ist außerhalb der Reichweite. Oh, Topaz. So, hier kann ich auch mal wieder normale Fackeln hinlegen. Sehr gut. Jetzt kommt das Wörmchen zu mir. I don't know. Jetzt fliegt nur der Kopf von den Treckswörmchen rum, oder was? Ja. Kann ich mal sterben gehen, das Arschloch. Ja, Telefon, eine Sekunde. So, ich hoffe, das vergesse ich nicht, hier rauszuschneiden. Deswegen... Ich lass mich mal kurz nur klicken. Äh, zweite Aufnahme, 9 Minuten 50, sehr gut. Vergiss ich das auch nicht. So. Nein, ich seh nichts mehr. Ein Blind und so. Und Andead Miner. Hurra, du Arschloch. Du hast viel Damage. Jetzt willst du sterben. Nein. Ja, ich hab Mock getroppt. Ja. Oh, du Lacker, ey. Kann's aber nicht sein, ey. Ich muss das Scheißding wahrscheinlich für 8 Gold kaufen, ey. Ich hab dir das nochmal kurz geschenkt. Oder was denn? Oh, Piranha! Ah, nein, stirb! Gleich bist du tot, noch so 45 Leben. 25 bei mir. LOL. Du wirst removed? Wie removed? Keine Ahnung. Es leckt. Ah, ich wurde rausgeschmissen bei ihm, Alter. Du kommst hier nicht rein und so. Okay. Ja, keine Ahnung. Bin aber noch drin, ne? Na, das ist gut. Dann muss ich auch gleich, also was heißt gleich, irgendwie eine halbe Stunde oder so eben essen. Ey, ich hab auch Hunger, Alter. Ja, da können wir ja... Mach was mit für mich. Ja. Schick ich dir dann, ne? Per Post. Auf jeden Fall können wir dann ja kurz eine Pause einlegen. Boah, hier ist so dunkel, ne? Ich vergesse die ganzen Fackeln zu legen. Oh, hab ich's mal rackt, ne? Ich war allen Dingen das Beste. Ich will den Piranha angreifen und schmeiß ihn erstmal mit drei Closticks zu. Ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja. Das wird ihn mit Sicherheit töten. Oh, was hab ich denn da? Eine goldene Kiste. Was hab ich da drin? Du meinst, da bring ich dich um. Was hab ich da drin? Keine Ahnung. Ich hab Hermes Boots. Sehr gut. Mann! Didn't bounce. Achso, bist du verreckt? Wegen Halsschaden? Ja. Ah, ich hab ne Potion, damit kann ich unter Wasser atmen für zwei Minuten. Der Rotterer didn't bounce. Ich ist nicht gesprungen. So, das ist auch sehr gut. Hier, das Ding auch direkt mal mit. Die Wall. Was aber nicht sehr gut ist, dass ich zweimal gestorben bin. Hm? Was aber nicht sehr gut ist, dass ich zweimal gestorben bin. Nee. Hattest du viel Geld dabei oder sowas? Nee. Alter. Brechen Spinnenweben mittlerweile ab, wenn man da zu lange drin hängt, weil die irgendwie nachgeben oder so? Nee, aber du rutschst durch. Okay. Ich dachte gerade, hm? Liegt das jetzt an dem Fackelfeuer oder liegt das an mir, weil ich so fett bin? Hä? Du bist so fett, ey. Was war doch... Wo bin ich denn? Hä? Wow. Das war echt ne Riesenhöhle, ey. Nein! Ich hab mich endlich gebounced. Ey, fast, ja, Alter. Mach mal so Flummi, äh, Flummi-Schube. Hier hab ich jetzt ne Truhe mit nem Bumerang und ein Gold. Wow. Könnt ihr euch in die Klatze schmieren. Ist doch so. Dann hab ich mit meinem Hermes-Bootz ein bisschen besseres Dings-Drop bekommen. Vor allem diesen Bumerang und das eine Gold. Ja, na gut. Das eine Gold bringt auch nicht wirklich was. Nein! Ver-piss dich! Aber hier sind zwei Eisen... Eisen am Brosse. Boah, es ist echt ne Riesenhöhle hier, ey. Ich vergesse bestimmt wieder irgendwo hinzugehen. Hier lohnt sich's jetzt echt gar nicht, die ganzen... die ganzen Kupfersachen mitzunehmen. Was hier ein Kupfer ist. Lohnt sich nie. Für mich nicht. Scheiße. Wenn jetzt wieder so ne Scheiß-Fledermaus kommt und mich da runter, schmeißt das dich aus. Würde ich gerne hören. Boah, hier ist Silber. Kann ich hier nicht bauen, ist ja schwul. So, meine Güte. Wie, kein Platz für Silbererz. Piss dich. Ja, mein Inventar ist auch voll. Mittlerweile. Ey, hier ist noch so'n Typ mit dieser Undead Miner, der die Haken droppt. Das Arschloch. Weil ich kill ihn. Bring dir den Haken mit. Das wär's mich geil. Hoffe ich zumindest. Gib mir den Haken, du Arschloch. Ne, der hat mir ne Rüstung gegeben. Hä? Mei- Mining Shirt. Leuchtet das, oder was? Nein. Alles sieht lustig aus. Das ist nur so'n, äh, nebenbei-Ding, sag ich mal, so'n Accessoire quasi, ne? Ja. Und hier sind zwei Jellyfishs, alter. Oh, die machen Damage. Oh, oh, weg. Weg. Ja, totes Arschloch. So, zwei totes. So, was find ich in der Truhe? Ein Magic Mirror. Yeah. Jetzt kann ich mich immer nach Hause teleportieren, wann ich will. Braucht das nicht Mana? Ja, leider. Hast du Mana? Nein. Ja, ich brauch' noch zwei Sterne, dann hab' ich Mana. Ich hab' zwei Sterne. Aber die kann man tagsüber nicht tauschen, ne? Ja. Die verschwinden sonst. Was hab' ich denn hier? Ein Speer. Wow, geil. Ein Speer. Das kannst du ein bisschen... Ich hab' den Kissen noch eingepackt. Äh, was hab' ich hier noch? Ironskin Potion. Increased... ...defense by, äh, by 8. Okay. Ah, scheiß Wurm, ey. Komm, hau ab. Gibt auch noch Obsidian Skin Potion. Bist du immun gegen Feuer. Jetzt hab' ich irgendwas getrunken, dass ich... Was hab' ich denn... Hab' ich jetzt ganz viel getrunken auf einmal, oder was? Ich hab' irgendetwas getrunken, dass ich leuchte. Shine Potion, wahrscheinlich. Ja. So'n Wichs, das wollt' ich doch gar nicht. So'n Wichs. Was? Ist Shark Food. Hä? Da war... Ey, will der mich jetzt verarschen, dass der scheiß Wurm da mich getötet hat? Ja, bei mir steht... Ist Haifutter, weil Shark ist ein Hai. Ja, aber da war kein Hai. Hai gibt's nur an die...